Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Thorsten Wielkowski und ich bin auch unter dem Namen 11 Fotografen zu finden. Ja, bevor ich mit dem Video überhaupt anfange, zeige ich dir erstmal das. Ja, du hast richtig gesehen. Ich habe mich endlich von Sony getrennt. Endlich sage ich deswegen, weil ich wirklich Sony fast drei Jahre eine Chance gegeben habe, damit ich zufrieden bin mit dem Arbeiten, damit ich zufrieden bin mit dem System. Aber Sony hat es einfach für mein persönliches Empfinden nicht geschafft. Also ich könnte jetzt ein 30-minütiges Video darüber machen, warum mir Sony einfach nicht gefällt, warum mir Sony nicht zugesagt hat, warum ich mich von Sony getrennt habe. Und ja, aber das möchte ich nicht. Ich möchte dieses Video heute ein bisschen positiv gestimmt lassen und möchte euch berichten, ich habe mir endlich wieder eine Nikon gekauft. Ich habe zehn Jahre mit Nikon fotografiert. Ich ginge dem Marcos, ein Kumpel von mir, der jetzt mittlerweile in Spanien lebt oder seit 13 Jahren mittlerweile, den ging ich jetzt echt zwei Monate auf die Nerven mit zwei verschiedenen Kameras von Nikon, welche es sein sollte, entweder die D850 oder die Z6 und das wurde die Z6. Normalerweise wollte ich von der spiegellosen Geschichte weggehen, weil mir das einfach nie so 100% zugesagt hat. Markus hat mir ungefähr gefühlt 700 Mal gesagt, die Nikon Z6 ist mit keiner Sony zu vergleichen im kompletten Workflow. Allein der Sucher, das Display, das komplette Arbeiten, die Haptik und alles, was drumherum dazugehört, ist einfach eine komplett andere Kamera, also wirklich ein komplett anderes System. Das sind zwei Paar Schuhe. Ja gut, natürlich mal probiert, mal die D850 in die Hand genommen, mal die Z6 in die Hand genommen, mit beiden fotografiert. Bei beiden habe ich sehr gute Linsen mal dran gemacht, um das Ganze nochmal zu verfeinern, um zu gucken, könnte ich so arbeiten, möchte ich so arbeiten. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn du zehn Stunden lang Modelshooting oder Grotik-Shooting hast, dann brauchst du Werkzeug, womit du richtig arbeiten möchtest, worauf du Bock hast. Und das hatte ich mit der Sony leider nicht. Und dementsprechend ist auch die Auftragslage oder die allgemeinen Shootings einfach so weit in den Keller gegangen, dass ich mich nicht mehr motivieren konnte, damit noch anzufangen. Ich habe wirklich keine Lust mehr gehabt zu fotografieren und das lag nicht daran, dass ich nicht irgendwie keine Models hatte oder sonst etwas, sondern ich hatte keinen Bock, mit diesem System zu arbeiten. Der Wechsel zu Nikon hat ein bisschen länger gedauert, aus dem einfachen Grund, sowas kostet schweineviel Geld, gerade wenn Nikon draufsteht, ist das Ganze relativ teuer. Gerade der Wechsel, weil man möchte ja auch vernünftige Objektive haben und dementsprechend, ja gut, ich bin gerade Papa geworden, jeder weiß, der gerade Papa geworden ist, das Ganze ist unfassbar teuer. So, dann war hier noch ein bisschen dies, das und sowas. Hat ein bisschen gedauert. Ende vom Lied war, es ist die Z6 geworden. Danke, Markus, dass ich dir zwei Monate auf den Sack gehen konnte und am Ende bin ich wirklich zufrieden. Ich war wirklich bis auf die letzte Minute, als ich noch im Laden in Köln stand und wirklich beide probiert habe. Nimmst du die oder nimmst du die? Die 850 oder die Z6? Es wurde die Z6. Der preisliche Unterschied war natürlich auch relativ hoch zwischen den beiden Kameras, aber ich habe mich für die Z6 entschieden, aus so einigen Gründen, vor allen Dingen, was die Zukunft angeht, mit den spiegellosen Geschichten. Und die liegt gerne mal mit einer kleinen Optik im Rucksack, wenn ich unterwegs bin und alles. Und dann ist mir so dieser fehlende Spiegel so einfach, so ein sicheres Gefühl, muss ich einfach sagen. Jetzt habe ich das Ding eine Woche, habe schon ein bisschen was rumprobiert und kann ehrlich sagen, dass ich schon eine Pro- und Contra-Liste machen kann. Und dazu kommen wir jetzt auf jeden Fall. Kommen wir zuerst zu den Pro-Punkten. Im Gegensatz zu der Sony, muss ich sagen, liegt die Kamera dadurch, dass die minimal größer ist, auch deutlich besser in der Hand. Das hat mich bei der Sony eigentlich relativ lange genervt. Deswegen habe ich mir irgendwann Abhilfe geschaffen mit einem L-Winkel oder mit einem Batteriegriff. Der Batteriegriff war eigentlich nur Sinn und Zweck, weil einfach der Akku nicht lange gehalten hat. Das heißt, bei jedem Shooting hätte ich einen LKW mitnehmen müssen mit irgendwelchen Akkus, weil der einfach so schnell leer ging. Es war noch eine A72. Ich weiß, es ist nicht zu vergleichen mit der Z6. Da war jetzt die A73 so eher eigentlich so, dass das Gegenmodell davon, die Akkus sind auch deutlich besser. Aber es war halt einfach ein System, was da war und damit musste ich arbeiten. Und deswegen habe ich jetzt da eigentlich nur den Vergleich. Das bedeutet, es ist sehr interessant für denjenigen, der eine A72 hat und auch nicht so ganz zufrieden ist und wieder umsteigen möchte, auf Nikon beispielsweise, den kann ich dir hier wärmstens empfehlen. Ich bekomme kein Geld für dieses Video. Ganz wichtig, das ist meine persönliche Erfahrung, die ich jetzt hier gemacht habe und mit euch teilen möchte. Das heißt, so, hier habe ich leider genau das gleiche Problem wie bei Sony, dass ich hier halt unten diesen, ja, den kleinen Finger da drunter habe und es stört mich wirklich. Das ist wirklich jammern auf hohem Niveau, aber es stört mich trotzdem so ein bisschen. Nichtsdestotrotz liegt diese Kamera durch den Griff hier deutlich besser in der Hand als die Sony, also wirklich schon sehr gut eigentlich. Und das Gewicht und die Gewichtsverteilung davon ist einfach grandios. Gefällt mir total gut. Und wenn wir schon mal bei dem Thema Gehäuse sind, dann muss ich sagen, der zweite Pro-Punkt, den ich wirklich extrem feiere, ist hier das Display. Das Display selber ist größer, es ist schärfer, es ist heller als das von der Sony. Klappbar lässt, oder allgemein umklappen lässt sich es eigentlich genauso wie bei der Sony selber auch. Und ansonsten muss ich echt sagen, ist das wirklich knackig scharf. Und das finde ich echt extrem gut. Feiere ich total, weil das von Sony war so ein bisschen matschig. Und das von der Sony A7 III ist, ich müsste jetzt lügen, ob es das gleiche oder ein anderes ist, aber ich empfand es als gar nicht mal so eine Verbesserung. Also es war nicht so auffällig wie jetzt hier bei der Nikon. Und das ist tatsächlich extrem aufgefallen. Das ist das, was der Markus mir nämlich gesagt hat. Wenn ich das erste Mal eine Z6 in der Hand habe, dann werde ich das hier komplett feiern. Und er hat wieder mal recht gehabt. Es ist wirklich grandios. Dann natürlich auch das zweite Display hier oben im Sucher. Das ist einfach deutlich größer, deutlich schärfer. Ich feiere es total. Und vor allen Dingen hell. Es ist extrem hell. Und das finde ich sehr, sehr geil. Dritter Punkt, pro Punkt, den ich sehr, sehr geil finde, ist das Autofokus-System. Wir haben einen so präzisen, unfassbar schnellen Autofokus-Motor in diesem Gehäuse. Oder Motor, beziehungsweise Autofokus-System. In diesem Gehäuse selber, das ganze System, das ist so ausgereift und so präzise, einfach so schnell. Selbst wenn ich alte Objektive dran mache. Und zwar habe ich direkt dazu nämlich den FTZ-Adapter von Nikon gekauft. Das ermöglicht mir, dass ich ältere Objektive dran mache, die noch aus der normalen Spiegelreflex-Serien sind. Und die funktionieren grandios, als ob die wirklich für dieses spiegellose System geeignet sind. Das heißt, 50mm 1.8 ist ein Must-Have. Das muss einfach jeder haben. Und dann habe ich mir noch das 24-70-28H N aus der N-Serie, habe ich mir noch gegönnt. Und das ist so ziemlich mein immer drauf. Denn dieses Objektiv in Verbindung mit dem System ist einfach erstklassig. Es ist wirklich erstklassig. Ja, mehr gibt es eigentlich zu dem Autofokus-System nicht ganz so viel zu sagen. Da komme ich noch irgendwann mal, wenn ihr möchtet. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wenn ihr möchtet, kann ich ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Da gibt es nämlich viele Punkte, die man vielleicht im Detail ansprechen könnte, wie Autofokus, Geschwindigkeit, Präzision. Die lassen sich alle nämlich in der Kamera selber einstellen. Und das sehe ich das erste Mal, muss ich ehrlich gestehen. Und das habe ich extrem für gut empfunden. Dann haben wir den nächsten Punkt, die Bildstabilisierung. Wir haben einen stabilisierten Bildsensor mit einem Fünf-Achsen-Stabilisierungssystem. Ist schon mal schön gut, funktioniert auch besser als in der Sony. Das ist so ziemlich auf dem Niveau zwischen der Sony A7 III und A4, muss ich sagen, so dazwischen. Ich finde es besser als von der A7 III, aber noch nicht so perfekt wie der von der A7 IV. Aber es ist immer noch absolute Oberklasse. Hier habe ich natürlich noch einen relativ coolen Vorteil. Ich habe hier intern, also beziehungsweise, jetzt habe ich kein stabilisiertes Objektiv, schlechtes Beispiel. Aber bei Nikon gibt es die Bezeichnung VR. Steht auf Objektiven meistens drauf oder immer da drauf, wenn eine Bildstabilisierung im Objektiv vorhanden ist. Und der Kamerabody von Nikon, hier die Z6, hat auch nochmal eine VR-Funktion mit eingebaut. Das bedeutet, wenn der normale Fünf-Achsen-Stabilisator euch nicht ausreicht, könnt ihr die VR-Stabilisierung zusätzlich anmachen. Einen Nachteil gibt es da nur, das Bild wird minimal gekroppt. Das heißt, es wird ein bisschen rangezoomt, damit, quasi es wird dann dieses Stück hier, wird auf dieses Stück rangezoomt, damit diese gesoomten Stellen elektronisch im Body nochmal das ganze Bild stabilisieren können. Und ohne Scheiß, wenn ihr dann Griff dran habt, oben an der Kamera und geht irgendwie zu Fuß oder macht so ein Selfie-Video auf 24mm, dann sieht es aus, als würdet ihr ein Gimbal benutzen. Und das feiere ich extrem. Ich feiere eigentlich alles an dieser Kamera. Aber das finde ich extrem gut und das werde ich definitiv öfters nutzen, gerade bei solchen Vlog-Geschichten. Ansonsten ist der VR-Bereich einfach aus und ich benutze die normale Bildstabilisierung. Das reicht mir vollkommen aus. So habe ich natürlich das volle Bild in absoluter Schärfe bei 100% Ansicht, sowohl beim Video als auch bei den Fotos. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem Punkt, den ich extrem geil finde, wie alles an dieser Kamera. Ihr merkt schon, ich feiere das System extrem. Was ich richtig geil finde und was ich wirklich vermisst habe, ist nämlich das Schulter-Display. Dieses kleine Display, dass du einfach immer so von oben auf den Blick hast, welche Blende, welche ISO, welche Einstellung, wie viele Bilder kannst du noch machen und, und, und. Bevor du am Display irgendwas rumfuchtelst, hast du das auch nochmal oben da drauf. Und das habe ich bei der Sony so vermisst, weil man gewöhnt sich so extrem auch da dran. Finde ich saugeil und möchte ich, ich will keine Kamera mehr ohne, muss ich ehrlich gestehen. Ich finde das extrem gut. Das waren jetzt so die fünf Punkte, die wirklich am auffälligsten sind. Jetzt neben der technischen Geschichte wie 4K, 30 Frames, Full HD, 120 Frames und Co. Ist das wirklich so der Punkt, der mich so ein bisschen, der mich extrem positiv überrascht hat, den ich extrem gut finde und der mich glücklich macht. Aber jede Kamera hat auch negative Seiten. Und auch die Z6 hat in meinen Augen ein bisschen was Negatives. Es fängt schon damit an. Nikon hat sich natürlich etwas dabei gedacht. Bei der spiegellosen Variante einen Adapter mitzuliefern, beziehungsweise mit anzubieten. Aus dem einfachen Grund, weil Nikon schon seit Jahren, schon wirklich seit zehn Jahren, diese zwei Objektive hat. Und das sind Oberklasseobjektive, die lassen sich bis heute noch weiterverkaufen. Dieses Objektiv, das 24-70, hat sich irgendwann verändert. Das ist gar nicht so lange her. Dann wurde es auch mit einem Bildstabilisator ausgestattet. Ist dann halt das 24-70 VR, weil es bis dato noch keine spiegellose Kamera gab. Das heißt, die Spiegelreflexkameras wurden weiterverkauft und genutzt. Und die waren halt intern nicht stabilisiert. Und deswegen musste Nikon irgendwann nachziehen, wie alle anderen das schon seit Jahrzehnten machen. Und eine Stabilisierung irgendwo noch mit in dieses Objektiv einbauen. Und dann haben sie es nochmal neu auf den Markt gemacht mit einer Stabilisierung. Und es ist gelungen. So, das finde ich ganz geil, weil der FTZ-Adapter, der ist auch kompatibel mit Sigma Art Linsen zum Beispiel. Das heißt, alle Objektive, Fremdobjektive, die intern einen Ultraschallmotor haben, der intern komplett das Ganze berechnet, funktioniert damit. Wenn man ältere Objektive nimmt, wie zum Beispiel das 50mm 1.8er D für digital, das funktioniert zum Beispiel nicht mit diesem Adapter, weil kein Stangenantrieb für den Autofokus da ist, sondern der Adapter und die Kamera benötigt unbedingt ein Objektiv, wo der Autofokusmotor sich im Objektiv auch befindet. Soviel dazu. Das Ganze habe ich jetzt relativ weit ausgeholt. Der negative Punkt, den ich eigentlich damit ansprechen wollte, war einfach nur, es gibt zu wenige Z-Objektive. Das heißt, für die spiegellosen Nikon-Kameras gibt es fast keine Objektive. Fremdhersteller machen noch gar keine Objektive dafür. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauern soll. Die Kamera gibt es, glaube ich, seit 2018, 2019 auf dem Markt. Wir haben 2022. 2022. Was ist da los mit euch? Tamron? Sigma? Ich verstehe es nicht. Also normalerweise müssten die schon längst nachziehen, aber es passiert einfach nichts. Ich weiß nicht, ob dieser Adapter der Grund dafür ist. Ich hätte gerne ein Objektiv ohne Adapter. Ich muss aber dazu sagen, wir reden hier von 650 Euro. Und das gleiche Modell, nur für die Z-Variante, ist jetzt rausgekommen und liegt bei schlappen 2500 Euro. Das sehe ich nicht ganz so ein. Dann arbeite ich lieber mit der Adaptierung und es funktioniert genauso geil. So, das war jetzt mein Negativpunkt Nummer 1. Die Objektivauswahl. Es ist einfach viel zu wenig da. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, der mir negativ aufgefallen ist. Und das sind die Speicherkarten. Negativ im Sinne von, diese Dinger sind einfach unfassbar teuer, womit ich nicht gerechnet habe. Ich wusste, ich brauche andere Speicherkarten, aber man kennt doch die Preise der Speicherkarten, wo man normalerweise für eine 64 GB Karte, die 300 MB die Sekunde macht, was völlig ausreicht für 4K, 60 Frames oder für Full HD, 120 Frames, Slow Motion Aufnahmen und so weiter und so weiter. Dass man da ungefähr bei 45 Euro ist mit 64 GB, reicht vollkommen aus. Wenn man nur fotografiert, reicht sogar eine mit 95 MB die Sekunde. Und dann bezahlt sie 15 Euro teilweise nur für eine 64 GB Karte. Und das ist scheißegal, die kauft man einfach mal zwischendurch. Und kauft einfach mal zwischendurch noch eine, auch wenn man die gar nicht braucht. Hier überlegst du dir das aber zweimal. Wir reden hier nämlich von 32 GB, 400 MB Schnelligkeit, 400 MB pro Sekunde und einen Preis von ganzem stolzen 120 Euro für eine Speicherkarte. Das hat mich ein bisschen geärgert. Das ärgert mich eigentlich immer noch. Aber die sind deutlich sicherer. So sind die Aussagen von allen Herstellern. Und ja, ich bin gespannt, ob es auch wirklich so ist. Wir werden sehen. Die Z6 hat nämlich auch nur einen Speicherkartenslot, was mich ein bisschen ärgert. Aber ich bin es ja gewohnt von meiner alten Kamera. Hatte aber auch schon eine D600 und eine D800. Da passen zwei Speicherkarten rein. Und das hat mir ein bisschen mehr Sicherheit gegeben, gerade auf einer Hochzeit. Indem ich nämlich eine Kopie auf die andere Speicherkarte parallel einfach erstellen konnte. Aber ich denke mal, diese Zeiten sind vorbei, dass irgendwelche Speicherkarten abbrauchen. Deswegen bleiben wir bei der einen. Wird schon funktionieren. Die nächste, die bei mir kommt, wird eine 256 GB Karte. Weil mit 32 GB mit der Z6 bekomme ich 640 Fotos in RAW. Höchster Qualität. Nur RAW bekomme ich da hin. Also ich mache keine JPEG-Zusatz dazu. Das brauche ich nicht. Habe ich auch nie gebraucht. Und in 4K 30 Frames kann ich ungefähr 29 Minuten, knapp unter 29 Minuten filmen. Dann sind 32 GB voll. Ja, deswegen kommt eine 256er da rein. Aber die ist halt recht teuer. Und der ganze Blödsinn hier war sowieso schon teuer genug. Deswegen kommt das als nächstes. Wie ich zu Beginn gesagt habe, zwischen der D850 und der Z6 waren so ein paar Punkte, die mich so ein bisschen zum Grübeln gebracht haben. Und das war unter anderem auch die Akkulaufleistung. Nikon gibt die Z6 tatsächlich mit knappe 400 Bilder mit einer Akkuladung an. Ich bin jetzt tatsächlich heute darüber gekommen. Ich bin nämlich bei fast 500 gelandet. Ich habe schon bei der Hälfte der Bilder im neuen Versuch schon probiert. Und mir ist aufgefallen, wenn ich den Bildstabilisator ausmache, war ich noch bei 58 Prozent und hatte schon die 400 Bilder. Das heißt, das, was die Kamera auf jeden Fall machen muss oder schaffen muss mit einem intakten Akku, schafft die Kamera auf jeden Fall deutlich mehr als das, was Nikon auf der Webseite angibt. Die D850 im Gegensatz, die meine zweite Auswahl gewesen wäre, liegt bei 1900 laut Nikon. Also das ist schon weitaus mehr, aber die hat auch keine Displays, die vollkommen die ganze Zeit mitlaufen. Das ist nämlich alles noch über den optischen Sucher. Das heißt, die Displays sind aus und das sind richtige Stromfresser. So, das ist ein Jammern auf hohem Niveau. Ich habe jetzt einen Zusatzakku noch dazu gekauft, werde mir noch drei Stück dazu holen. Da bin ich auf jeden Fall safe für den kompletten Tag. Wobei ich schon fast davon ausgehe, dass ich maximal zwei Akkus über den ganzen Tag zurechtkomme. Mit meiner alten Kamera kam ich zwei Stunden mit einem Akku aus. Das war wirklich Käse. So, der nächste und letzte negative Punkt, der mir aufgefallen ist bei der Z6. Und der ärgert mich schon so ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen. Das ist, du holst hier schon mal so eine Speicherkarte. Das ist irgendwo schön gut. Du möchtest die Kamera aber auch unterwegs mal irgendwie, dass du die Bilder auf dein Tablet lädst oder auf den Mac oder, also ich habe, ja, mit dem Macbook. Und bei jeder Kamera, die ich bisher kannte, konntest du die USB-Einstellung so einstellen, dass du einen Massenspeichermodus hast. Das bedeutet, du hast einfach, in meinem Fall beim Mac, habe ich den Feind aufgemacht und habe auf der linken Seite gesehen, da wurde die Kamera angezeigt. Genauso wie ein USB-Stick und du konntest alles damit machen. Du konntest hier ein Bild da rüberziehen, du konntest aber auch Dateien wieder draufziehen. Haben die weggelassen, haben die einfach nicht reinprogrammiert. Warum? Du sollst einen Kartenleser kaufen. Und auch nur über diese Möglichkeit, über einen Kartenleser, bekommst du auf die Speicherkarte, nämlich die Firmware-Updates drauf, damit du die in der Kamera auch nachher installieren kannst. Das wird nicht über USB gemacht, wie manche anderen Hersteller das machen, sondern es wird über die Speicherkarte gemacht. Hat bei Nikon immer wunderbar funktioniert. Aber warum zum Teufel habt ihr diesen Massenspeichermodus daraus gemacht? Das verstehe ich nicht. Bei einem Windows-Rechner, ich habe hier auch von der Firma ein Laptop von Lenovo und wenn ich da die Kamera anschließe, wird mir das zwar angezeigt, ich kann auch die Bilder auf den Rechner ziehen, das ist ja schon mal die eine Sache, ja. Aber ich kann keine Daten wieder da draufziehen. Da sagt er, keine Befugnis. Das funktioniert nicht. Das heißt, du brauchst auch hier einen Kartenleser. Der Originale von Sony beispielsweise, der diese CF-Express oder XQD-Karten hat, der liegt bei, glaube ich, 100 Euro für einen Kartenleser. Das ist mal als Beispiel, ich habe so ein Ding, das ist ein Kartenleser hier, mit MicroSD und SD habe ich gekauft für 5 Euro. Den benutze ich seit, glaube ich, 6 Jahren. Der funktioniert einwandfrei. Wenn ich ihn mit USB-C irgendwo unterwegs benutzen möchte, sei es an meinem Tablet oder sei es an dem MacBook, dann hast du einfach so einen Adapter auf USB-C. Funktioniert. Ganz leichte Sache. Danke Nikon, dass ich es nicht so gemacht habe. Das ist ein Punkt, der hat mich ein bisschen genervt, aber das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau, würde ich einfach mal sagen. Man macht ja nicht jeden Tag ein Firmware-Update und bei der nächsten Speicherkarte wird einfach ein Card-Reader dabei sein und fertig. So, jetzt waren wir bei 5 positiven Dingern, 5 negative Dinge. So, das Ganze, was ich einfach mal zu der Kamera zu erzählen habe. Rundum bin ich einfach mega zufrieden. Ich liebe dieses Ding. Ich kann wunderbar damit arbeiten. Saugeiles Handling habe ich mit der Z6 auch, selbst in Verbindung mit dem 24-70, was einfach ein Riesenteil gerade ist. Der Schwerpunkt von dieser Linse liegt relativ weit vorne. Ich habe da so ein bisschen Angst gehabt, dass das einfach schlecht in der Hand liegt, aber nein, ist es einfach nicht. Hier muss ich echt sagen, Nikon, 10 von 10 Punkten, habe da ein geiles Ding auf den Markt gebracht. Ich feiere die Kamera total und liebe es damit zu arbeiten. So macht mir die Fotografie einfach wieder unfassbar viel Spaß. Ich habe schon echt gedacht, dass es einfach an mir persönlich liegt, dass ich keine Lust mehr habe zu fotografieren, aber es lag tatsächlich an dem Werkzeug. Jetzt macht es wieder Spaß. Finde ich saukool. Ich habe jetzt noch so zwei, drei Worte, die ich noch dazu sagen möchte. Ich weiß, das Video geht schon relativ lang, aber das ist für mich auch ein Punkt, den ich gerne erwähnen möchte. Was ich sehr cool finde, ist an der Nikon, das zeige ich euch. Das ist nämlich einmal, wenn ich ein Foto mache und es kommt die direkte kleine Vorschau, dann kann ich direkt mit dieser Vorschau, mit der Erstvorschau arbeiten. Ich kann zoomen, weiterblättern und, und, und. Mit der Sony war es einfach so, du hast das Foto gemacht, musstest aber danach erstmal die Vorschau wegmachen, dann nochmal in den Vorschau-Modus reingehen und dann konntest du arbeiten. Das ganz Blöde war einfach nur, es gab eine Taste, womit du reinzoomen konntest und dann hat er es direkt bis aufs Äußerste rangezoomt und du musstest rauszoomen, damit dieses Bild wieder kleiner wird, damit du halt irgendwo so ein bisschen was anschauen kannst. Du konntest es nicht andersrum einstellen. Mit dem Nikon geht das so, ganz einfach. Du machst ein Bild, die Vorschau wird dir angezeigt, entweder nimmst du das Touch-Display, was du von Videos vom Smartphone kennst und ziehst es einfach mal lang, oder du nimmst die Tasten plus minus und zooms einfach ran, oder mit dem Touch-Display kannst du dann halt das Bild hin und her schieben und alles. Es ist einfach so bequem geworden, das finde ich einfach saugeil. Wir kennen es alle von den Smartphones und es wurde hier wirklich mit in die Kamera eingebaut und das ist richtig geil. Das macht das ganze Arbeiten, das Präsentieren bei einem Shooting deutlich einfacher im Gegensatz zu den ganzen Kameras, die ich bisher hatte. Finde ich saugeil. Gut gemacht, Nikon. Dann habe ich noch einen Punkt. Die App von Nikon, damit du die ganze Kamera steuern kannst, auch das Live-Bild davon und alles, ist auch ebenfalls deutlich besser als bei Sony. Diese App von Sony, die habe ich verflucht. Die funktioniert einfach nicht. Die funktioniert einfach gar nicht. Und ich habe irgendwann aufgegeben. Ich habe einfach irgendwann keine Lust mehr gehabt. Das kann Canon und Nikon deutlich besser. Jetzt beende ich das Video aber auch. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen bei einer Entscheidung helfen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mal ein anderes System vorstellen, meine persönlichen Vorteile, Nachteile der Nikon 7.6 mitsteilen. Vielleicht steht ihr ja vor der gleichen Frage, wie ich es vor noch einer Woche war. Welche Kamera wird es nach der Sony, weil ich möchte nicht mehr mit Sony arbeiten. So, und in dem Sinne, danke fürs Einschalten, lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal.